Ich habe immer noch Angst vor dem Tod, aber ich renne nicht mehr wie früher weg, denn ich liebe dieses Dorf. Dieses Dorf ist auch ein Friedhof, einen Ort, an dem die Toten geehrt werden. Welchen Zweck geführte? Die Toten haben ja nichts davon. Solch ein Ort ist völlig sinnlos. Ich glaube, das ist ein bisschen anders. Den Friedhof gibt es nicht für die, die gestorben sind. Vielleicht ist dies auch für dich ohne Bedeutung, aber dieser Ort hier ist eigentlich nur ein Trost. Zum Beispiel spendet er Trost, indem man sich durch ihn an die Verstorbenen erinnert, damit sie nicht einfach in Vergessenheit geraten. Und wir werden tapfer den Tod ins Auge schauen, der uns früher oder später holen wird. Denn ich weiß, dass mir zu Ehren so ein Grab errichtet wird und ich in den Herzen von all den anderen weiterlebe. Punkt, 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 die doppelte Ausführung. Ich werde ihn auf keinen Fall vergessen, mein Freund Nummer 36. Ja, es ist tatsächlich... Jetzt gehe ich da schon wieder rein. Es ist wirklich so, dass halt der Friedhof ja auch quasi so ein Ort des Abschieds ist für die Hinterbliebenen. Es war immer hell. Das erinnert mich so ein bisschen... Eigentlich erinnert mich das... Es ist immer hell. Ein Final 14. Da war es ja genauso gewesen. Hier in Shadowbringers. Da war ja auch überall halt Licht. Nach seinem Aussehen zu urteilen, ist dieses Lebewesen völlig überflüssig. Aber wenn ich das so ansehe, werde ich von einem seltsamen Gefühl erfüllt. Ja, es ist klein und putzig. Von Natura an Momo. Dass in letzter Zeit keine Briefe zugeteilt werden, liegt daran, dass die Maschine in der Mognit-Zentrale kaputt zu sein scheint, Kupo. Aber wie kann man sie wieder zum Laufen bringen, Kupo? Vielleicht braucht es dazu irgendetwas Spezielles, Kupo? Was Spezielles? Hm, vielleicht. Damit scheint das Rätsel um das Mocknet-Gelüst zu sein, Kupo. Cool, Mock! Genau, cool, Mock! Werden wir die Leichtheit sehen. Also, ist deutsch. So! Ein cool Mock! Oh, ein Brief! Vielen Dank, Kupo! Von Momo an Kohlmock! Ich hörte, dass die Maschine im Mocknet-Netz nicht funktioniert, Kupo. Da ist wohl dieses Zeug ausgegangen, Kupo. Nur, wo kriegt man jetzt ein neues Heer, Kupo? Es ist ja sehr selten. Wird also nicht einfach, welches aufzutreiben. Das Zeug? Oh! Eine Bitte, Kupo, übergebt diesen Brief an Mois. Der ist, ähm... Kusmorast anzufinden. Dazu brauchen wir auch Queener. Wir sehen uns also gleich mit Queener dort im Morast wieder. Das sollte man vielleicht auch nochmal kurz erwähnt haben, wo wir jetzt gerade hier im Tümpel kommen. Es gibt ja hier dieses Mini-Spiel mit dem frischen... Ich sehe, du bist fleißigst, Kühner. Du bist aus dem besten Bild der Geheimnisse des Essens, können wir uns hier an viele Tümpel zu tun. Ja, das schon kann nicht mehr aufgenommen werden. Habt dann, meine Kleidung, ich hätte nicht so oft gelungen, bevor ich alle Geheimnisse in der Farbe meinst. Genau. Also, nach Anzahl der Fröschleinen, die man halt fangen kann und auch insgesamt fängt, kann man halt hier Sachen halt finden. Auf 99 gibt es übrigens dann die ultimative Waffe für Queener. Ich werde, glaube ich, so ein, zwei Sachen werde ich halt vielleicht noch versuchen zu fangen. Die Ergebnisse werde ich dann halt entsprechend... Ah, da haben wir es auch. Ich sehe, du bist fleißig. Gründe genommen sagt er dir ja auch, hier immer wieder das Gleiche. Es gibt jetzt einen Äther. Und wir lassen das jetzt. Ja, ich habe genug. In Gründe genommen haben wir jetzt, ich glaube, ja, es sind zwei Weibchen und ein Männchen. Oder andersherum, ein Weibchen, zwei Männchen. Die müssen natürlich halt so auch da sein, damit halt, ne, Nachwuchs und so. Und hier haben wir nämlich Mois. Danke, Mois und Mois. Jetzt weiß ich Bescheid, Kupo. Wir brauchen dieses Zeug, um das Mois zu reparieren, Kupo. Ich denke, Mois weiß, wo wir es finden, Kupo. Das Brief ist doch ein Mois. Haben wir es erst einmal, dann ist das Mocken jetzt schnell wieder flott gemacht, Kupo. Haben wir das Zeug einmal? Das Zeug, um was geht es da eigentlich? So, einmal noch Mock leer. Die ist in Daguero. Von dort aus geht es dann halt wieder zurück nach Kupo. So bekloppt das auch klingen mag, aber ja, es ist tatsächlich so. Die Sidequests mit den Fröschen, ja, ob ich die halt mache, ist eine andere Frage. Weil ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock drauf. Es ist nur Zeit, aufwendig und ich benutze Kvina eigentlich gar nicht. Deswegen, dass die Lagune, Luftgarten ist da, Daguero. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben hier Mock leer. Den Brief möchten wir natürlich überreißen. Danke für die Zustellung. Von Mois ein Mock leer. Irgendwie müssen wir das Magnet wieder zum Laufen bringen. Aber dazu brauchen wir anscheinend etwas bestimmtes Kupo. Ich weiß selbst nicht so genau, was das sein könnte. Aber wenn man mich fragt, dann kann es doch nur dieses Zeug sein, Kupo. Genau, es muss dieses Zeug sein. Du weißt schon. Kupo. Wenn Mois von dem Zeug spricht, dann meint er meistens, das ist es. Ich habe es, Kupo. Eine Bitte, ein Kupo. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich nur A-Rang habe. Ich muss da eigentlich inzwischen schon einen S-Rang haben. Na, egal. Auf jeden Fall geht es jetzt hier wieder nach Alexandria zurück. Den Flug können wir auch drin lassen. Ist halt nicht bald. Jetzt hätte er das Luftschiff anders tun wollen sollen. Na, egal. Selbst wenn ich angegriffen werde, die Gegner klatsche ich so schnell weg, dass... Da gibt es kein Morgen mehr. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich könnte das hier alles auch zusammenschneiden. Oder auseinanderschneiden. Und dann könnte ich damit auch halt vernünftig arbeiten. So, Mognet... Den Brief überreichen. Ein Brief von Moglea? Von Moglea an Kupo. Kupo. Wir wissen, was die Maschine des Mognets wieder intakt bringen kann. Das Schönheitsöl, Kupo. Kupo. Jemand in Alexandria soll es angeblich besitzen, Kupo. Wir müssen es finden und zur Hauptzentrale bringen, Kupo. Das Schönheitsöl, Kupo. Aber keine Ahnung, wer es hat, Kupo. Und so. Damit ist die Mognet-Quest fast schon beendet. Wir haben ja hier, Ruby. Hä? Schönheitsöl. Wo... Wusst du... Dat ich sowas besitze, du... Hä? Du wärst auch welches? Wofür... Wusst du dat denn sie dann... Hä? Ach so, du wärst wohl genau so eine zarte Haut wie ich bekomme. Hä? Donnie? Och gut, egal. Mit die Shit... wäre sowieso jede Woche welches... Kannst du da was... Wunderschöner zu erhalten. Jetzt habe ich's... Dat will doch... Bestimmt... Irgendein Mädel... Schäge hier... Wat? Es gibt wenn dann nur noch gar nicht in seinem Leben. Nur um diese Creme zu finden, die eine zarte und geschmeidige Haut verleiht, habe ich mich auf Reisen begeben. Ha! Macht doch nur Spaß. Steht's gehen. Griffonherz. Zu fürchten sind nicht etwa seine Krallen oder sein gewaltiger Schnabel, sondern seine nie zugrunde gehende Seele. Beatrix. Der Mensch verlangt nach der Magie, um zu überleben. Also lasst er Träume entstehen. Eingravierte Schriften. Sooo... Sooo... Jetzt geht's zur Magnetzentrale, wo ich jetzt ehrlich gesagt keinen Plan habe, ich glaube dann muss ich, ich weiß gar nicht ob ich den gerade offen habe, ich fliege auf jeden Fall mit dem Chocobo dahin und sobald ich halt da bin, melde ich mich dann gleich wieder. Bis gleich! So, die Magnetzentrale. Ist das Magnet überhaupt noch zu retten, Chocobo? Hier ist die Magnetzentrale. Die große Maschine bewegt sich nicht mehr, Chocobo. Ob wir das Magnet wieder in Betrieb nehmen können, Chocobo? Hätten wir doch nur... Sag bloß, das ist das Schönheitsöl. Könnten wir davon etwas haben? Na schön. Vielen Dank. Jetzt können wir endlich wieder... Dankeschön! Hier! Als Zeichen unseres Dankes! Ein Protect Ring. Aber jetzt muss ich vorsichtig sein und nicht alles alleine aufbrauchen. Ja, Quickin Protect Ring. Ah. Schütze vor verschiedenen Angriffen. Halbiertes... Angriffe-Element aller Sachen. Sehr nice. Zumal der halt auch sowas wie NP50% und Zaubernatum halt hat, was sehr nice ist. Kann das eigentlich Kühne auch anlegen? NP50% Jo, das kriegt er auch. SteelSkin! Oha, es scheint wieder zu funktionieren! So, die Post ab. Ja, das war's mit der SideQuest. Eigentlich nicht großartig, aber... Ist doch nicht schlecht. Kriegen wir was schönes bei rum. Sehr schön. Das war's jetzt allerdings mit dieser Sache. Wir sagen jetzt aber auch wirklich richtig bis zum nächsten... Let's Play Part! Blood Sfp meldet sich ab!